Ich habe 120 GB heute frei, das sollte denn hoffentlich das erste reichen. Nehmen wir mal das, das sieht nämlich cool aus, das und das und so. Hast du inzwischen die Ankündigung gesehen für die nächste Season? Ja, aber nicht das Video dazu, nein. Hast du die ganzen kleineren Änderungen gehört, die sie machen, ohne dass sie groß aufgeführt sind? Ne, das habe ich noch nicht. Zum Beispiel, dass, also erstmal sie drehen bei ganz vielen Operatoren an der Verteilung zwischen Speed und Armor und sie machen eine Änderung, die ist mir bis jetzt gar nicht so oft gefallen, aber ich bin ja auch nur ein Amateurspieler. Aktuell ist das Speed Rating auch dafür da, wenn du zielend herum gehst. Hm. Das wird abgeschafft. In Zukunft gehen alle gleich schnell, nämlich so langsam wie der Langsamste, wenn sie angelegt haben. auch interessant. Fand ich auch und vergleichsweise interessant halt. Ja. 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 Ich habe einen Biobehälter gefunden. In. 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 ich habe einen bio gefahrgut behälter entdeckt und dann ist das einzige feste ich habe einen bio gefahrgut behälter aufgespürt das ist hier die frage da ist morsi ich bin noch draußen, da rein das war Mr. ByEye Puls meine ich ich wünsche ich hätte was zum werfen, aber ich habe natürlich nichts aber es sitzt noch einer an der Ecke in welcher Ecke? hinten rechts da? da so ungefähr ok, dann saß er schon nicht mehr in der Ecke, in der ich ihn erwartet hatte ich dachte, er sitzt direkt in dem Fenster, in dem Winkel, in dem ich ihn nicht sehen kann ok na, aber hey ging doch gut ok, Steven hat abgeräumt, aber wir waren cool guten Abend, KMD Schmidt Hallo Mr. Schmidt Hallo Mr. Schmidt wie gehts? wie gehts? tipp tipp ups haie na doch ist Freitag, ne? klassischer Volk genau wir haben es geschafft abends Wochenende gerettet so muss er sein dann werden wir endlich das tun, was wir am liebsten machen wenn wir das Spiel spielen ganz genau nicht arbeiten das ist das, was wir am liebsten machen nicht arbeiten ist genau der Punkt ja sind wir da oben, oder? ja hier, hier hinter hier oben was und wieder genau da ja ok, ich bin natürlich in die Falschrichtung abgewogen mhm dann siehts hi oh diesmal haben sie Castle oh als wäre Castle etwas womit ich mal Zero nicht klarkomme an der Wand na stimmt auch wieder ja für dich? meh ja manchmal wünsche ich immer ja links ich hätte was zum werfen mhm vor allem sie haben Puls wieder oh ja das ist zu oh nein das ist zu ja vor allen Dingen so oh nein da ist zu weil der hat hier der hat hier unten einfach drei Castle Dinger hingelegt was? hier sind drei Castle Verstärkungen und der ist dick ist halt oben oh nein Castle ist nahezu tot ich hätte noch einen weiter schießen müssen nein er war auf der Treppe shit ok einer von denen ist wegen AFK gebannt ach ich geh mal nicht ins Fenster rein ne ich komm mal runter genau ja 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 hier gibt's woche wochenende unmöglich unglaublich ich will auch wochenende haben also du hast wochenende ja richtig warum ist hier ja ich sehe jetzt gerade was du meinst krasse mhm letzter verbleibender Gegner ich hab Castle erwischt sehr schön ja da hat er auch nichts mehr ich lade nach den hab ich schon ganz gut dezimiert ah shit shit ja Mystic musste ihn denn ja mal sehen nice suki ja und ich dachte Holzwert setzt es von denen noch am Leben mhm ne ne ja ok ja ok krankenschein das würde ich nicht wochenende nennen hehehehe nicht wirklich ne also ok es kommt natürlich stark auf die woche office es kommt natürlich stark darauf an was man hat aber ja meist hat man die ja nicht ohne Grund ja man könnte sowas leichtes haben wie oh nein ich hab ein Schnupfen bis zu oh mein Gott oh Gott die Schmerzen sind so schlimm ich wünsch dich mehr tot genau ja ok und werden schon abgeklungen ist ja auch in Ordnung der in ihm so muss das ich war nicht seit Corona angefangen hat die Pandemie hat mich super gesund gemacht ich war einmal mittendrin nur krank da war ich irgendwie die Krippe oder so ja ok das war's dann aber auch ich hatte ab und zu mal eine schnupfige Nase aber das war schon ja gut die haben wir ja häufiger mal die haben wir ja häufiger mal alter was ist hier kauf dir mal eine SSD ey das ist der Typ der gerade nachgejoint ist bei denen der die Karte einfach noch nicht geladen obwohl wir haben auch einen nachgejoint mhm hehehehehe vielleicht weiter und geht ich hoffe doch wow prinzipiell ja ja aber wow siehst du frrrr ich weiß nicht was du mir sagen willst mit frrrr das weiß ich auch nicht naja so was ist denn du hier alter ok ich glaube da krieg ich gleich ein Timeout und fliegt halt einfach wieder raus könnte auch sein ich hoffe es mal jetzt ist das wirklich ganz schön lang ja schon leider von dir hat besonders so einen Ping ne es liegt nicht daran dass er einfach so eine schlechte Verbindung hat ja ok im Gegensatz zu 19, 16 hm 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 venir ich bin das ist mein they das ist das habe ich schon gelesen ja das ist sehr nice drohnen skins ja wie die handschuhsskins im csgo das freut mich auch gerade wo hast du deinen angebracht da ok ich meine hier noch mal an machen wir hier noch mal hin switchen als genau wir haben gedacht wir versuchen unsere recover hinzubekommen das kann heute ist ja freaky friday ja genau wir machen auch hier eben direkt als ich das in den chat geschrieben habe das ist vernünftig genau aber es haben nicht alle gekauft was unmöglich ich habe mir irgendwann mal bei steam aus spaß einfach so einen dynamischen dynamische collection so heißt das nämlich wo automatisch alle spiele angezeigt werden die wir drei und lena hat ja gerade nicht drin angezeigt wollte mir gerade sagen ihr seid alle gestorben innerhalb von zwei sekunden möglich der bei mir hat so ein bisschen geguckt hier die ganze zeit hier kommt wer von da so andere seite ja links war auf jeden fall wer gerade an der tür ja ja durchaus da hat sich noch ein paar punkte gegönnt wenn der letzte schon tot ist das ist eine gute frage weiß ich gerade gar nicht ja eigentlich ein paar kids sammeln ja könnte sein du bist punktführer und hast ein kill also ja ja für meine errungenschaft man nicht aber du hast eben auch punkte abgegriffen ohne ende ich kann übrigens im team auch nur sehen dass wir die und zwanzigsten kaufstatt und christoph feste und lena gar nicht ja dann muss ich das ja noch mal tun das wäre empfehlenswert solange das noch im sales ja kannst du noch mal anmerken die ganze woche nicht so doch die war super aktiv hier ist noch eine band das kann ich auch nicht sagen zwei wände gar keine wand mehr kommt immerhin und dann nimmst krümel auf dem boden du ja auch das einfach mit der grund laufen kann möglich ich habe noch so zwei zwei errungenschaften offen die mit einfach nur ganz viel zeit einhergehen ja ich sehe es das ist in der küche glaube ich leute das ist uncool es ist hier drüben irgendwo alter ich hab den nicht getroffen gibt es nicht naja war hinten hinter der bar ok wo legt der nice sehr gut ich krieg immer noch ein assist mit einem kill einfach erster immer noch natürlich gleich schon die die 5er die 5er runde immer wenn jemand wartet wird es nun genau das eiserne gesetz richtig das bio gefahrgut behälter sind dann gehen wir doch mal um ist doch du kannst auch anmerken dass wir auch auf der suche nach der lösung des rätsels sind ob lena uns heute mit ihrer anwesenheit beglückt stimmt ja die sind oben weiß aber nicht wo genau da war er nicht direkt ersichtlich gute arbeit der bio gefahrgut behälter wurde lokalisiert wir sind wieder im raum da hinten noch fünf sekunden also mhm mhm oh dies macht hier ganz schön was auf ja 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 genau das war das war in das schild gehen das schild ist ja ich würde gern weil ich kann dir hier mit scans aushalten ich habe mir die kamera hinter dem fenster ich bin definitiv hat sie ein dritter geworden definitiv deshalb nur wegen der ping gewonnen möglich der meis doch noch ein pack gekriegt diese saison noch nie warte geht ja noch eine woche